Die Wohnung gibt im ersten UG, also nach einer einzigen Treppe sind sie bereits in ihrem Reich. Die Wohnung ist komplett saniert worden, Sie werden es gleich sehen. Links fangen wir mit der Küche an, Einbauküche, hier auch noch Platz für einen zusätzlichen Kühlschrank, der aber natürlich auch bereits vorhanden ist. Daneben das Wohnzimmer, das Baugerüst wird in wenigen Tagen entfernt werden. Hier noch einmal der Eingangsbereich, Sicherungskasten mit FI-Schalter. Hier drüben das zweite Schlafzimmer mit Zugang zum Balkon, der ruhig nach hinten liegt mit einem schönen Blick über die umliegenden Gärten. Daneben das Badezimmer, frisch gefließt mit großmodernen Fliesen und ein Fenster. Damit sehen Sie abends jede Falte, die Gasetagenheizung, kein Problem mehr mit der Heizungsabrechnung. Und wir schließen wieder in der Küche, die groß genug ist, auch für eine kleine Essecke und damit der Mittelpunkt des Lebens wird. Vielen Dank!